... ... ... Das hab ich nicht. Ja, dann wird's nix. Jetzt fokussier mal den Punkt da oben, dass du den ausfeißen willst. Denk nur da dran. Ich trau mich nicht. Wie bist du denn da hochgekommen? Ich bin hochgeklettert. Nimm mehr Schwung. Fokussier die Schraube und mach dir bewusst, dass du da dran greifen willst. Jawohl. Sehr gut. Halleluja. Ich bin hochgeklettert. 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 Ich bin hochgeklettert.